So, Leute, ich muss es in Wahrheit hören lassen. Ich bin gleich da. Guten Morgen, alle Netze. Was mich in der letzten Zeit... Der Hintergrund muss ich herabschalten. Was mich ein bisschen nervt. Ihr lasst Follower hier und dann wieder Endfollower. Hör den Teil drauf. Ich finde es... Für einen Streamer ist das sehr schlecht. Er freut sich vielleicht auf Follower und so... Hör den auf. Auch diese Vergangenheit... Ähm... Ich könnte da bestimmte Namen jetzt gleich noch in den Mund nehmen. Aber da... Wo ich nicht mehr in der Spedition bin... Einfach Endfollower... Okay. Ist auch eine Sache. Aber ähm... Ich finde es nicht okay, wenn man nicht mehr in der Spedition ist und so... Und das... Das geht gar nicht. Das geht mir momentan so auf den Keks. Ja... Die Leute, die es betrifft... Die wissen... Ähm... Ja... Das wollte ich einfach loswerden. Weil es geht einfach nicht. Ja... Und das zeigt... Charaktermässig... Ja... Null... Also... Ja... Das hat er gesagt... Es geht... Es... Es nervt mich einfach. Es... Es nervt mich einfach. Es... Es... Einfach müssen... Es... Ja... Sie wollen einfach sagen... Heute Abend und fertig. Und äh... Weil es gibt andere Leute, die... Ja... Ich bin ein kleiner Streamer. Das hat er gesehen. Aber äh... Ja... Ja... Was möchte ich da sagen? Also... Es geht einmal richtig... Äh... Digi Charly. Äh... Ich finde es schade. Dass man einfach einen Entferlort... Und... Wenn man nicht mehr alt... Nicht mehr in der Spedition ist... Und so... Und das geht gar nicht. Also... Ja... Da geht einmal in die Richtung. So geht es einmal mit der erste Linie. Ja... Und... BDL hat das nie gemacht. Aus TEDx. Und... Da würde ich dir schon einmal... Kleb und Clarks gesagt haben. Ist mir scheissegal. Dass ich jetzt im Stream solche Sachen sagen... Interessiert mich nicht. Du... Du kannst mir noch eine private Nachricht schicken. Aber ähm... Aber ähm... Du... So... So... Auch öffentliche Sachen... Und andere Sachen... Ähm... Werde ich bringen... Und danach... Ich werde es im YouTube aufladen. Ähm... Ähm... Ich finde es schade von dir. Aber... Ja... So ist das Leben Leute. Ähm... So ist das Leben Leute. Ähm... Ähm... Ja... Und ich wünsche euch allen... Einen tolle... Ein toller... Zwischen Tag. Und... Und... Nicht mehr zu streng. Auch wenn ich mal eine... Gerade eine schlechte Hetzlaune habe. Aber ich musste einfach... Die Sachen... Loswerden. Das... 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 Das kotzt mich einfach auch. Das kotzt mich einfach auch. Man tut... Foto machen... Endfoto machen... Endfoto machen... Endfoto machen... Das nervt mich einfach... Und dann... Das nervt mich einfach... Und dann... Ja... Ich würde es einfach mit euch teilen... Und... Ich würde nicht einfach... Ein Streamer... Oder... Sag ich doch... Ich bin da... Und... Ich strebe nur das... Und das... Und das... Nein... Das... Das ist es... Das ist es... Das ist es... So steht auch nicht nicht. Und... Das hat er gesehen. Ja... Also... Ich wünsche euch allen... Einen tolle... Zwischen Tag. Ja... Ich... Lass euch... Wege... Jetzt meine... Ahnsak... Nicht runterziehen... Und... Ich wünsche euch... Einen 60... Ja... Mir... Scheiss egal... Wer andere... Nachher noch schreibet... Und... Sie werden bei mir automatisch von meinen Mods blockiert und dann ist das die Ehebautörer. Ich wünsche euch allen einen schönen Zwistig. Euer lieben Dani Suisse und auf dem Togo der BSL. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.